Ich habe das richtig gerne, wenn Gott durch prophetische Worte so und ich dann gucke dann so auf meine Predigt und denke, hey, da sagt Gott gerade was aus meiner Predigt heraus, direkt in die Gemeinde. Finde ich super. Das mit den Herzen jetzt wäre so einer meiner ersten Punkte gewesen. Kannst du mal die erste Folie einblenden, hast du schon gemacht. Transformation durch den Heiligen Geist. Das ist eigentlich, was unser Christsein ausmacht. Es geht nicht um Erkenntnis oder irgendwas, was du wissen musst. Es geht auch gar nicht darum, dass du den Retter irgendwie gut stimmen musst, sondern das, worum es geht, ist, dass du den Retter kennst und dein Herz dem Retter hinhältst, Gott. Und dann beginnt ein Prozess in deinem Leben, wo du Veränderungen erfährst. Und die Tragik ist, dass über Jahrhunderte hinaus das nicht so richtig gelehrt worden ist. Nicht gesagt worden ist, dass es beim Christsein um eine Veränderung der Persönlichkeit geht, die ein ähnlicher werden, dem Christus gemäß ist. Und wir haben es dann manchmal reduziert auf zur Kirche gehen, gute Taten tun, die alle wichtig sind und gut sind. Aber wir haben es reduziert. Aber es geht letztlich um eine Transformation durch den Heiligen Geist. Das ist unsere Themenreihe, in der wir momentan sind. Und da geht es wirklich um Veränderung. Und eine Frucht des Geistes, die der Geist gibt, ist der Frieden und dem soll es heute gehen. Ich habe in einer Predigt von Pastor Uwe Heimowski aus Gera, da war er jahrelang Pastor, habe ich was gefunden, das hat mich wirklich begeistert, was er da so gesagt hat und geschrieben hat. Und du kannst mal die nächste Folie zeigen. Ihr alle kennt Äpfelbäume, ja. Martin Luther hat gesagt, er wird ja, wenn der Herr morgen käme, heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Also Äpfelbäume sind uns sehr bekannt. Was ist die Frucht eines Apfelbaumes? Äpfel, na klar, Äpfel. Stimmt, richtig. Aber eigentlich stimmt das auch nicht ganz. Der Apfel trägt nämlich den Samen eines neuen Baumes in sich. Und seine eigentliche Bestimmung ist es, wieder zu einem Apfelbaum zu werden. Und nicht nur von dir gegessen zu werden. Das kann eine Bestimmung sein. Aber die eigentliche Bestimmung ist wieder ein neuer Apfelbaum. Das Übertragen auf unser Leben als Christen heißt, dass unser Leben mehr ist, als Früchte zu tragen und mehr als nur schöne Äpfel hervorzubringen. Da geht es also nicht darum, wie ich selbst aussehe, wie ich selbst dastehe. Was ich erreiche, das ist nicht die eigentliche Frucht meines Lebens. Fruchtbar ist ein Leben, das nicht bei sich selbst alleine bleibt, das zwar selbst Veränderung erfährt, aber durch den etwas Neues geschieht, durch die etwas Neues geschieht. Es ist ein Leben, das ausstrahlt auf andere Menschen. Es wird sichtbar und ich werde zum Vorbild für andere Menschen und sie bekommen Hunger, diesen Gott kennenzulernen. Es ist ein Leben, was Auswirkungen hat auf das Leben anderer. Also geht es bei den Früchten des Geistes nicht nur um deine eigene Veränderung an dir selbst, sondern auf eine Veränderung, die hineinwirkt in die Gesellschaft, in die ganze Schöpfung hinein. Das ist die Dimension dessen, was Jesus in seiner Sendung uns gesagt hat. Matthäus 28, kann man es lesen. Die Frucht meines Lebens zeigt sich nicht nur in mir, sondern in meinen Mitmenschen. Und das ist eine völlig andere Dimension. Ohne Apfel kein neuer Apfelbaum. Ohne einen glaubwürdigen, tief gegründeten Lebensstil wird auch dein Leben keine positiven Auswirkungen auf andere Menschen und die Gesellschaft haben. Lebensstil und Frucht bedingen einander. Es sind die Früchte meines Charakters, meiner Persönlichkeit, die auf andere Menschen wirken und sie prägen. Die Früchte des Geistes, Charakterprägungen, Charaktereigenschaften. Und eine wesentliche ist der Friede. Friede ist nicht Waffenstillstand, nicht Kampfespause, sondern Friede ist Sicherheit. Wenn die Bibel von Frieden spricht, es gibt ja zwei Begriffe, den hebräischen Schalom und den griechischen Irene, da meint es einen Ort, einen geschützten Raum, ein Ort, wo ich sicher sein kann. Wir sind dann in einem Bereich, wo wir ummauert sind. Wo Zäune da sind, die uns schützen, die uns Sicherheit geben und wir brauchen das auch als Menschen. Und der Herr setzte den Menschen wohin? In einen Garten. Da waren Grenzen und da waren Freiräume. So sind wir geschaffen, so gehören wir zu Gott. Wir könnten dieses Wort Frieden eigentlich mit Heil, mit Ruhe, mit Otters Sicherheit übersetzen. Ich möchte uns einen Text lesen, da sehen wir die nächste Folie. Aus Römer 5, da schreibt er Paulus über diesen Frieden. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Ey Leute, ihr seid so ruhig. Wir haben Frieden mit Gott. Leute, Frieden mit Gott. Überlegt euch mal, mit dem Schöpfer dieser Welt ist das mega stark. Ich könnte begeistert werden, richtig. Ich fange gleich an zu hüpfen. Probieren wir noch. Ist das nicht wunderbar? Kein Krieg? Gott ist dir gut. Gott sagt ja zu dir. Gott liebt dich. Gott nimmt dich an, wie du bist, egal was du verzappt hast, egal wie du bist. Gott ist verliebt in dich. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Wir haben diesen Frieden zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat dafür bezahlt. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Machst du das? Ja, können wir die Woche trainieren. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Unsere Haltung. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ich sage, Leute, es ist ein starker Text. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Neute, die wir jetzt durchmachen. Wow, was ist denn das? Denn wir wissen, dass uns die Not lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unsere Herzen durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Du kommst in Schwierigkeiten, du kommst in Leid, du kommst in Nöte. Das macht dich stark. Bist du dir dessen bewusst? Frieden mit Gott. Etwas unwahrscheinlich Starkes. Etwas, was unser Leben verändert, was uns total stark macht. Die nächste Folie bitte. Frieden beginnt mit dieser Entscheidung, ich gebe mein Herz Gott hin. Ich entscheide mich für ein Leben mit Gott. Frieden entsteht aus der Sicherheit, die ich bei Gott finde. Das ist etwas ganz Starkes. Mein Frieden hängt nicht davon ab, was ich bewältige, schaffe, leiste, tue, sondern wer ich bin in Christus. Ich muss mir meiner Identität bewusst sein. Ich muss das Wort Gottes kennen, dem steht, was meine Identität ist. Ich muss mir der Gewissheit bewusst sein, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist, in jedem Moment, ob ich das fühle oder nicht. Ich kenne Situationen, wo ich denke, meine Gebete gehen bis zur Decke, wo ich nicht weiß, wo Gott ist. Aber dann nehme ich das Wort und dann steht da, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Zeit und dieser Welt. Da steht es, das nehme ich dann und halte mich daran fest und weiß, da ist ein Friede, eine Kraft und dann kommt die Ruhe in mein Leben. Trotz der Stürme, die jeder von uns durchmachen darf, weil er daran wächst in seiner Beziehung zu Gott. Der Friede beginnt mit der Entscheidung für Letozeu hat gesagt, Gott kennen ist Leben. Das ist das Leben und dort ist die volle Genüge, die volle Power, die volle Kraft, das volle Leben, der tiefe Frieden, der höher ist als alles, was ich denken kann. Vielleicht bist du unruhig in dir, dein Zeitplan funktioniert nicht, es klappt vorne und hinten nicht. Ich weiß nicht, ob du so Tage kennst, wo man denkt, wäre ich doch heute noch nicht aufgestanden. Es geht alles schief, scheinbar. Aber du kannst wissen, dein Gott macht nicht alles schief. Herr, dir gehört mein Leben und im Psalm 31, Vers 16 lesen wir und meine Zeit steht in deinen Händen. Ich muss mir das manchmal sagen, wenn ich dann wieder zu viel getacktet habe in meinem Alltag, wenn ich mir wieder zu viel zugemutet habe und dann auch anderen zumute. Komm runter, Michael, bleib ruhig. Er bestimmt meine Zeit. Sie sind sein in den Händen. Hey, was für ein Friede geht davon aus. Oder wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, ihr erlebt mich hier vorne und dann ist man hier vorne, ist man so grandios, da ist man mal so glatt und so toll. Und da ist alles und alle denken, das ist ein super Typ oder naja gut, das denken wir nicht, aber man weiß doch selber, wer man ist. Man hat doch seine Kämpfe, man ist doch Mensch. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit. Wir sind noch nicht, was wir einmal sein werden. Wir sind nur auf dem Weg. Und dann lese ich, wenn ich nur dich habe, Psalm 73, Vers 25, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Jesus, du bist genug. Diese Beziehung, dieses Leben aus Gott, dieser Friede, der von ihm kommt, ist so stark. Und wenn ich an meine Grenzen stoße und merke, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und glaubt mir, jemand, der im hauptamtlichen Dienst steht, stößt häufig an seine Grenzen. Das hat schon der Paulus gemerkt. Es können körperliche Grenzen sein. Dass du auf einmal merkst, dass Schwäche in dein Leben kommt. Dass Krankheit in dein Leben kommt. Dass Bedrückung in dein Leben kommt. Du kannst das alles erleben, ja. Und dann liest du aus 2. Korinther 12, 19, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und auf einmal passiert etwas, womit du nicht gerechnet hast. Gott wirkt. Und du bist dabei und bringst deine Schwäche mit ein. Und Gott verwandelt es in das Kraftvollen. Der Heilige Geist möchte aber mehr. Er möchte, dass du diesen Frieden, der von ihm kommt, auch genießen kannst. Ich habe jetzt sehr viel über die Nöte auch gesprochen, die Bedrückungen. Ich möchte aber auch über das andere sprechen, dass es einen Ort gibt, wo du wirklich innerlich zur Ruhe kommst. Und deswegen betonen wir auch, dass es wichtig ist, in stiller Zeit vor Gott zu sein. Zu beten, die Bibel zu lesen, sich Zeit dafür zu nehmen. Wenn Menschen älter werden, dann sagt man ihnen, sie sollen mehr trinken. Geistlich gesprochen ist, wenn du nicht genügend geistlich Zufluss bekommst vom Wasser des Heiligen Geistes, dann trocknest du langsam ein. Und dann haben wir so Eintrocknungssymptome im Gehirn. Köstlich, Leitungswasser aus Schneeberg. Unbezahlbar. Der Heilige Geist, du brauchst diese Gemeinschaft mit ihm. Ganz wichtig, damit der Friede sich in deinem Leben ausbreitet. Von Martin Luther wird berichtet, dass er gesagt hat, wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich umso mehr beten. An diesem Tag. Der Mann war klug. Der hat es gewusst. Nehmen wir die nächste Folie. Wir haben diesen Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Dieser Friede übersteigt unser Denken und Sinnen. Philippe 4, Vers 7. Da ist ein Friede da, den wir nicht begreifen. Denn ich habe das selbst erlebt in einer Grenzerfahrung meines Lebens, als es um Leben und Tod ging. Und ich im Krankenwagen saß und man diagnostiziert hatte ein Aneurysma im Bauchraum. Und ich wusste, das kann das Ende sein. Ein paar Monate vorher waren die Bekannte von uns gestorben an einem Aneurysma. Dann sitzt du da und denkst nach und betest und fragst den Herrn, was hat das zu bedeuten? Und dann kommt dieser Friede, den du nicht erklären kannst. Das ist ein Gefühl und ein Denken und man kann es kaum beschreiben. Es ist einfach die Präsenz der Gegenwart Gottes. Und die ist so stark. Die ist so tragend. Ich merke, ich ringe nach Worten. Diese Erfahrung, die lässt mich zuversichtlich sein auf die Zeit, wenn ich mal zum Herrn gehen darf. Ja, es ist auch, wenn alle Umstände gegen uns sprechen, dieser Friede da. Du darfst ihn ergreifen. Du darfst dich da hineinbegeben. In Kolosser 3, Vers 15 lesen wir, der Friede des Christus regiere. Man könnte auch sagen, entscheide, er sei Kampfrichter in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen wird und seid in einem Leid und seid dankbar. Der Friede will also dein Herz umhüllen und er will bestimmen. Nicht du, sondern sein Friede soll dich bestimmen. Wenn ich aufhöre, alles nach meinem Kopf umsetzen zu wollen in meinem Leben, da wird es lustig. Das schaffe ich doch gar nicht. Aber wenn ich in ihm bin, in seinen Weisungen, wenn ich das suche, was er will, wenn sein Friede mich bestimmt, dann geht eine innere Ruhe von dir aus und du bist dein Ruhepol. Dann läufst du nicht immer hin und her und wir müssen auch das machen und dies und jenes und das. Stressfaktor. Wahnsinn. Sondern du weißt dich geborgen. Gut, manche Leute brauchen mal auch einen Tritt vom Heiligen Geist in den Hintern, damit sie aus der Reserve kommt, das weiß ich auch. Aber wenn die dann zu schnell laufen, brauchen die auch wieder den richtigen Takt. Diese innere Ruhe, die aus deinem Leben geht. Das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Römer 14, Vers 17. Keine Äußerlichkeiten, sondern es ist Gerechtigkeit, Freude und Frieden im Heiligen Geist. Römer 12, Vers 17. Soweit es, ich muss es zitieren, irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Ich finde dieses Wort so weis und so klug und so inspiriert, weil es mich nicht verpflichtet, mit allen Chaoten dieser Welt immer netten Diener zu machen, sondern es kann auch bedeuten, dass ich einem anderen eine Grenze setze. Aber wo es an mir liegt, wo ich es kann, will ich Versöhnung leben, will ich Wiederherstellung von Beziehungen leben. Wir haben in den letzten Wochen, letzten Monaten eigentlich mehr, ganz viel über dieses Thema gehört, Vergebung. Und manchmal war aber das noch so durch die Gemeinde, wir müssten doch und da ist doch noch so viel. Ich sage heute mal was dazu, wenn du das auf dem Herzen hast, dann geh die Leute an, wo du den Eindruck hast, da ist noch eine Baustelle. Wir haben als Gemeinde gerade, wo es um diesen Bau geht, wir haben eine Versammlung vor der Eröffnung gemacht, wir haben Buße getan für die Dinge, die uns wirklich nicht gelungen sind, wo wir schuldig geworden sind. Ich weiß nicht, ob du nicht dabei warst oder ob du es nicht mitbekommen hast, aber da ist etwas Geistliches passiert. Wenn du da noch nicht drin bist, musst du noch was nachholen. Aber bitte, mach es dein Problem nicht zum Problem der Gemeinde. Es ist dein Problem, was du angehen musst. Wo du in den Frieden kommen musst. Und wo das von Gott her klar ist für uns als Gemeinde und als Leitung, werden wir das tun. Ich sage das mal so ganz klar von hier vorn, damit wir einfach nicht immer darüber reden und wir müssten doch, man sollte doch. Manchmal ist es auch gut zu fragen, was ist denn schon gelaufen? Ich weiß, zum Thema Israel, aller paar Jahre wird es auf den Teller gebracht und wird gesagt, Mensch, da müssen wir doch mal Buße tun über das und dann vergessen wir einfach, was unsere Väter schon getan haben. Wie es da klare Worte gab, auch hier in unserer Region, wie wir mit Schuld umgehen müssen und umgegangen sind. Nein, Versöhnung und Wiederherstellung von Beziehungen, das gehört zu diesem Frieden dazu. Ich komme langsam zum Schluss. Frucht ist ein organisches Ergebnis der inneren Beschaffenheit eines Menschen. Das kommt nicht von mir, das sagt Jesus in Matthäus 6. Er sagt, von einem guten Baum können nur gute Früchte kommen und von einem schlechten schlechte. Das heißt, die Nährstoffe, die du aufnimmst in deinem Leben, die sind ganz wichtig. Wie wirkt sich der Friede aus? Welche Quellen suchst du? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wird durch deine Veränderung in dir bei anderen Menschen etwas ausgelöst? Kommt die Frucht des Geistes der Friede bei ihnen an? Oder hast du eine Aura, wo ständig nur Streit zur Ablehnung und Dinge sind? Und da muss man sich hinterfragen. Frucht braucht Nahrung und Pflege. Frucht will reifen. Frucht braucht auch Ernte. Wir wollen diese Frucht hervorbringen. Wir wollen mehr noch als Frucht hervorbringen. Wir wollen, dass Menschen durch das, was wir an Veränderung an uns erleben, ebenfalls hineinfinden in eine Veränderung durch Christus gewirkt. Das ist das Ziel. Eine Transformation durch den Heiligen Geist. Die brauchen wir dringend nötig in unserem Land, in unserer Gesellschaft, aber auch für unser Leben. Ich wünsche dir, dass du Frucht bringst und nicht ein Früchtchen bist. Amen. , undconsciouser. Kj 딱 nötig in Frankrijk, 說 dem Trainables stacked murder. Das heißt, wir sind aber auch glücklich. Unsere���ung. Amen. 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 Vielen Dank.